Ronja, wach auf! Ich hab den Job! Oh mein Gott, den, von dem du die ganze Zeit schon geredet hast, in Japan? Ziehen wir nach Japan? Ja! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Warte, ich muss meinen ganzen Koffer packen und die ganzen Sachen... Ähm... Also, naja... Was denn? Ich ziehe nach Japan. Ja? Deswegen muss ich einen Koffer packen, damit wir... auch Kleidung für mich haben in Japan. Äh, irgendwas hat bei dem Formular nicht geklappt. Was denn für ein Formular? Du kannst nicht mit nach Japan. Warte, du lässt mich einfach hier zurück? Was soll ich denn machen? Ich bin noch klein. Ich kann mir nicht alleine Essen kochen. Ich darf nicht selber in den Herd. Du hast gesagt, das ist gefährlich für mich. Ich kann nicht alleine in die Schule. Ich bin noch gar nicht in der Schule. Tut mir leid. Mama, wie soll ich denn zum Morgens in den Kindergarten kommen? Wie soll ich denn hier leben? Hä? Wir suchen dir eine neue Familie. Wie, als wir suchen mir eine neue Familie? Und dann? Lässt du mich einfach hier? Du bekommst sicher eine tolle Familie. Wahrscheinlich besser als die, die mich hier in Deutschland verlässt und nach Japan zu ziehen ganz alleine. Was soll das denn? Okay, gut. Ich komme dich bald mal besuchen. Okay, aber du kommst wieder zurück, richtig? Irgendwann vielleicht. Ähm, okay. Dann suchen wir mir eine neue Familie. Na los, zieh dich an. Okay, bin umgezogen. Wir können los. Bist du bereit? Dann auf geht's. Okay, okay, okay. Und, warte, was suchen wir uns für eine Familie? Ich hätte gerne welche mit keinen Geschwistern, wo ich das einzige Kind bin und wo ich ganz viele Sachen kriege. Sagt das den Leuten im Adoptionscenter? Weißt du was? Das werde ich. Oh, okay. Ich bin da. Äh, ich gehe alleine. Ich glaube, du weißt eh nicht, was ich möchte. Und dann kann ich den Leuten Bescheid sagen. Okay, ich warte hier. Okay, dann bis gleich. So, ich bin mal gespannt, ob ich hier irgendjemanden finde. Hallo. Ich bin hier fürs Adoptionscenter. Ich soll adoptiert werden. Hallo, Kleine. Bist du alleine hier? Ja, meine Mama ist im Auto draußen. Sie weiß eh nicht, was ich möchte. Deswegen wartet sie da auf mich. Sie hat mich nämlich zur Adoption freigegeben, weil sie jetzt nach Japan ziehen will. Oh, äh, okay. Okay, also ich suche eine schöne Familie. Ich wäre gerne das einzige Kind und ich hätte gerne ganz viel Platz zum Spielen. Und ich hätte gerne vielleicht einen Hund. Und ich hätte gerne Leute, die mich viel mitnehmen. Und... Okay, ich glaube, ich hätte da was. Oh, wirklich? Warte, ich komme nicht einfach in irgendeine Familie, oder? Ich komme jetzt nicht zu Leuten, die schon mal im Gefängnis saßen. Nein, nein, keine Sorge. Okay, dann bin ich beruhigt. Zu wem komme ich denn? Ich kenne die Familie und die sind toll. Oh, okay. Okay, kannst du mir noch mehr über die erzählen? Was machen die? Was ist denn der Beruf von denen? Was machen die sonst so? Die wollen schon ganz lange ein Kind. Sie sind Filmstars. Oh mein Gott, was? Die sind Filmstars? Ich werde davon Filmstars adoptiert. Dann lebe ich mit denen zusammen? Ja. Oh mein Gott, das ist so super. Warte, dann haben die sicher auch voll das große Haus und richtig viel Spielzeug für mich. Ich schicke dir einen Brief mit den ganzen Infos. Okay, danke. Ich wohne bei der 15 bei dem Wohnwagen. Ich kann es kaum erwarten. Bis dann. Tschüss. Das freut mich. Ja, ich weiß. Und das sind Filmstars, Mama. Die haben bestimmt richtig viel Geld und richtig das schöne Haus. Und dann ist es sicher voll super und für mich. Und die haben sicher einen Pool und eine Rutsche und den ganzen Kram. Warte. Die haben gesagt, sie schicken einen Brief. Kannst du mal gucken, ob schon ein Brief da ist? Oh, Ronja, da ist wirklich ein Brief. Warte, echt? Warte, sind die so schnell vom Adoptionscenter? Warte, was steht drin? Was steht drin? Wo wohnen sie? Können wir direkt hin? Ja, ich fahre dich sofort hin. Okay, oh mein Gott. Dann steigen wir direkt wieder ins Autobahn. Warte, nein, nein, nein. Ich muss meine Sachen holen, damit ich wirklich hinziehen kann. Warte, ich packe schnell meinen Koffer und dann komme ich wieder. Die warten schon auf dich. Okay, super. Bis gleich. Okay, ich wäre soweit. Ich habe meinen Koffer hier. Bist du schon im Auto? Wohnen die sehr weit von uns? Gleich hier in der Nähe. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht erwarten. Ich mache die Augen zu und dann bin ich überrascht, wenn wir ankommen. Damit ich dann neu sehe, wie das Haus ist und damit ich nicht weiß, wo wir wohnen. Oh, wir sind sicher in der Nähe von der Stadt mit den Dings von der Rutsche und dem Pool. Dann kann ich da hin. Und dann muss ich nicht weit laufen. Direkt ist ja der Kindergarten hier. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich mache jetzt wirklich die Augen zu. Diesmal echt. So, da sind wir. Okay, dann mach es gut. Viel Spaß in Japan und ruf mich an, okay? Viel Spaß, Schatz. Mach es gut, Mama. Ich habe dich lieb. Oh, das ist sicher schon meine neue Bahn. Äh, hallo. Oh mein Gott, hey, bist du Ronja? Ähm, ja. Oh, das Haus sieht super aus. Warte, ist das da hinten eine Rutsche? Ja, wir haben alles extra für dich gemacht. Aber, aber woher wusste ihr, dass ich genau das wollte? Das ist perfekt. Oh mein Gott, hier sind... Ihr habt einen eigenen Spielplatz draußen im Garten? Ja klar, alles für unsere Tochter. Oh, das ist super. Warte, wo ist, äh, wo ist mein neuer Vater? Der ist gerade noch auf Arbeit. Oh, okay. Warte, können wir uns dann das Haus angucken? Ja klar. Okay, hier ist ein kleiner Tisch da draußen. Das ist ein riesen Spielplatz. Was ist hier wohl? Oh, hier ist das Bad. Warte, geht's hier weiter? Oh, warte, hier geht's weiter. Was ist das? Oh, ein geheimer Raum hinterm Bad. Oh mein Gott, wie cool. Äh, dann geht's... Was ist das? Äh, ne Rutsche, ne Rutsche, ne Rutsche. Ist das hier die Küche? Kann ich denn hier sitzen, während... während's Essen gibt? Und da sind auch richtige coole Tische und alles ist so bunt. Ja, ich hab mir gedacht, das gefällt dir. Ich liebe es. Oh mein Gott. Bestes Haus aller Zeiten. Ach, übrigens. Ja? Wenn du willst, kannst du morgen mitkommen. Wohin denn? Also ans Filmset. Oh mein Gott, wirklich? Soll ich beide da? Kann ich dann zugucken, wie ihr einen Film dreht? Ja klar, gerne sogar. Ja, super gerne. Ich würde super gerne mitkommen. Okay, ich will weiter das Haus angucken. Guck mal, da sind doch Rutschen. Ich will unbedingt da rutschen, okay? Äh, okay, hier geht's hoch. Warte, welche Treppe ist die richtige? Ist das eine normale Treppe? Ne, warte, hier geht's sicher zur Rutsche. Ne, das ist eine Rutsche. Hier darf ich gar nicht hoch. Ich geh die Treppe hoch. Okay. Hier sind Schlafplätze. Hier sind Übernachtungsdinger. Kann ich hier meine Freunde aus dem Kindergarten einladen? Okay, warte, das ist eine Rutsche, eine gelbe. Was passiert, wenn ich hier durchlaufe? Dann ist noch eine Rutsche, eine weiße. Und, oh! Jetzt bin ich hier halb runtergefallen. Äh, kann ich denn hier hochklettern? Ja. Oh mein Gott, hier ist eine blaue große Rutsche. Ich rutsche die runter. Yay, das war so viel Spaß. Können wir gleich noch was essen? Ja, klar. Was willst du denn? Ähm, können wir Pizza essen? Oder Burger? Was auch immer du willst. Dann hätte ich gerne Burger. So, hier bitte. Oh mein Gott, danke schön. Das sieht super aus. Oh mein Gott, ich darf heute mit aufs Filmset von meinen neuen Filmstar-Eltern. Mama, Mama, kannst du aufwachen? Ja, ja, ich stehe ja schon auf, Schatz. Das ist auch so cool, dass dein Schlafzimmer direkt neben mei müssen und wir direkt drüber kommen können. Dann kann ich ab und zu auch bei dir mitschlafen. Ja, klar. Okay, dann ziehe ich mich an und mache mich fertig. Muss ich irgendwas Besonderes anziehen? Gibt es da, weiß ich nicht, Regeln? Ich habe dir ein Outfit ins Badezimmer gehängt. Okay, super, danke. Oh mein Gott, das Outfit ist richtig süß. Warte mal, das fällt mir jetzt erst an. Ich kann jetzt einfach jeden Tag runterrutschen. Ich muss nie wieder Treppen laufen. Juhu. Mama. Bist du bereit, Schatz? So was vorbereitet. Das Outfit ist auch richtig schön. Oh mein Gott, du siehst cool aus. Was hast du denn an? Ich spiele in einem Actionfilm meine Göttin. Das klingt so cool. Okay, dann los, los. Oh mein Gott, das sieht so cool aus mit dem Springbord. Hier bei der Treppe komme ich runter. Für die erste Szene, die heutige Film wird, kann ich zugucken? Ja, na klar, setze ich da hinten einfach hin. Okay, mache ich. Oh mein Gott, bester Tag aller Zeiten. Und mein ganzes Leben wird jetzt für immer so sein. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, von Filmstars adoptiert zu sein. So, das war es mit dieser Folge Roblox Brookhaven, adoptiert von Filmstars. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Samante Projekt. Tschüss. quoich gen Lazarus. Noch anschließt ihr них und dann sich ja schon malkraft bacend di Jessie ist dadurch. sondern gehtطussen.* Wenn die急 paupel geht nicht zu grands. Songe etwas unterwegs. Medicineild base. ein bisschen. studios�� Sou愿 geht einem這樣 Goodìnankacomm wird's finde ich frЭтоün geroid. Untertitelung des ZDF, 2020